Ja, hier seht ihr die Beute aus dem Digro für die Vorsilvesterzeit. Natürlich alles schön BAM geprüft, so wie sich das gehört. Einmal das Familiensortiment Blizzard, dann dreimal Kabarett Rackensitz, zweimal Keller Pyro Cracker, Superböller B von Keller und China-Böller D von Keller. Wobei ich bei den China-Böller D sagen muss, dass bei dem einen Schinken die Böller nicht wirklich funktionieren, weil die eben zu nass geworden sind, wahrscheinlich schlecht gelagert oder so. Bei dem anderen jedoch sind die eben wirklich gut und Knatterböller. Top natürlich alles, ne?